Und Marco Reus. Doppelpass mit Aubameyang. Funktioniert gut. Marco Reus mit dem 1 zu 0. Vierte Minute. Klasse Beginn hier für Borussia Dortmund. Und die Spielfreude, die haben sie schon mal transportieren können in diese Partie. Geht also richtig munter los hier. Klasse Zusammenspiel zwischen Reus und Aubameyang. Und ein Doppelpass hebelt da die gesamte Defensive aus. Und noch mal ein kleiner Haken vom Nationalspieler. Zwei Koreaner laufen da ineinander. Und dann ganz platziert abgeschlossen. Keine Abwehrchance für Kroos zum 10 in der Südkoreaner.